Die Körperdrehung im Golfschwung ist etwas sehr, sehr Wichtiges, keine Frage. Aber viel wichtiger als die Frage, wie man sich extrem viel drehen kann, womit sich die meisten Hobbygolfer ja beschäftigen, ist die Frage, wie man sich richtig dreht. Und ich habe da ja vor kurzem bereits ein Video gemacht, über etwas, was ich als wichtiger empfinde als die Körperdrehung an sich, nämlich die Seitkippung im Golfschwung. Und da habe ich hier unten in der Beschreibung einen Link dazu, das solltest du dir unbedingt anschauen, dieses Video, damit du den Zusammenhang mit diesem Video dann perfekt verstehst. Aber heute spreche ich nicht über die Seitkippung, sondern über die Streckung im Golfschwung, über das Aufstehen. Jetzt wirst du vielleicht als erste Reaktion sagen, ja, ich weiß, ich darf nicht aufstehen im Golfschwung. Und ich sage sofort falsch, das darfst du sehr wohl tun. Du darfst aufstehen, nein, du sollst sogar aufstehen. Und was ich damit meine, werde ich dir jetzt erklären. Und zwar musst du die Golfdrehung als etwas Dreidimensionales ansehen. Und zwar, wir haben im Golfschwung natürlich eine Rotation, wir haben im Golfschwung auch eine Seiteneigung, das heißt eine Kippung nach links im Aufschwung und eine Kippung nach rechts im Durchschwung. Aber es gibt auch eine Streckung, eine Extension. Das heißt, wenn ich jetzt nach vorne geneigt bin hier, sagen wir zum Beispiel jetzt 40 Grad mit dem Oberkörper hier, dann wäre es sehr, sehr typisch, dass ich diese 40 Grad von Setup bis in den obersten Todpunkt komplett auflöse. Das heißt, es ist sehr, sehr typisch, dass gute Spieler von 40 Grad, sage ich jetzt als Hausnummer, auf 0 Grad kommen im Aufschwung. Und das ist das, was die Guten von den schlechten Spielern unterscheidet. Jetzt wirst du sagen, ja, warum schaut das da nicht so komisch aus? So irgendwie, das liegt daran, weil man ja eben diese 40 Grad Streckung mit 40 Grad Seiteneigung nach links als Rechtshänder ausgleicht und dann bekommt man einen Look, dass der Schwung so aussieht. Jetzt wirst du denken, ja, Moment einmal, ich bin gar nicht aufgestanden. Doch, bin ich schon. Jetzt schaue, jetzt gebe ich nur die Füße ein wenig anders hin und schon siehst du, mein Oberkörper steht ganz aufrecht da. Ich befinde mich auch in einer Links Seiteneigung und das ist das, was alle guten Golfspieler machen. Jetzt würden vielleicht ein paar, die vielleicht interessiert sind, sagen, ja, das ist der Stack & Tilt. Mag sein, dass Stack & Tilt das unterrichtet, keine Frage, aber das ist trotzdem etwas, was alle guten Golfer machen. Das ist nicht Stack & Tilt, das ist etwas, was alle guten Golfer machen. Sie werden ihren Körper strecken und werden jedes Grad, was sie strecken, mit einer Seiteneigung nach links im Aufschwung ausgleichen und dann bekommt man eben diesen Look hier. Ich stelle mich nur jemand anders hin, dass du es besser sehen kannst. So etwas würde passieren, wenn ich das nicht machen würde. Sagen wir, zum Beispiel, ich würde jetzt hier nach vorne geneigt bleiben. Ich tacke jetzt sogar jetzt gedanklich mir mein Hemd mit meiner Hose zusammen, dass ich nicht aufstehen kann, ja, so musst du dir das vorstellen. Ja, dann würde jetzt mein Schwung so aussehen. Also immer noch nach vorne getackert. Dadurch entsteht Folgendes, dass der Kopf extrem stark nach rechts geht. Und das ist der Grund, warum die meisten Hobbygolfer Probleme haben, den Boden auf der richtigen Stelle zu treffen und meistens zu weit rechts sind. Das ist der Grund, warum sie ihren Druck nicht früh genug nach links bekommen, weil eben die Wirbelsäule mit zu viel Neigung nach rechts ausgerichtet ist im Aufschwung. Und das passiert hauptsächlich deswegen, weil die meisten versuchen eben nicht aufzustehen. Das heißt, bevor du diese Ideen hast, nicht aufzustehen, solltest du eben verstehen, dass die Körperdrehung an sich eine Kombination aus Streckung und Seiteneigung ist. Und dazu möchte ich dir jetzt eben eine kleine Übung zeigen, damit du das besser verstehst. Für diese Übung hier brauchst du eigentlich nur eine Wand. Und ich sage oft zu meinen Schülern, dass sie das bereits nach dem Zinnebürsten direkt machen sollen, weil das ist etwas, was man immer wieder trainieren kann, um ein Gefühl für die Körperrotation zu kriegen. Was du machst, ist Folgendes. Du brauchst keinen Schläger. Du stehst dich hin in eine Ansprechposition. Und der Schläger eben, wie gesagt, gibst deinen Kopf hier an die Wand. Und was du jetzt versuchst, ist, mit verkreuzenden Armen hier einfach einmal zu drehen und den Kopf an der Wand zu lassen. Das heißt, ich möchte nicht so drehen, dass der Kopf dann von der Wand weggeht, sondern ich möchte hier wirklich an der Wand bleiben und mich so bewegen. Und dabei achte ich auch wirklich, dass meine linke Schulter tief ist, meine rechte Schulter hoch ist. Und wenn ich das dann richtig mache, dann bekomme ich eben ein Gefühl für die richtige Körperrotation. Ich kann dann mal die Hände hier dazugeben. Ich kann auch zum Spaß an meinen Schläger in die Hand nehmen. Und dann bekomme ich eben eine super Idee, wie das ausschauen soll. Jetzt stelle ich mir die Wand hier vor. Selbe Sache hier. Kopf ist in der Mitte. Und wenn der Kopf in der Mitte bleibt, dann habe ich normalerweise auch genug Streckung. Nur wenn der Kopf eben nach rechts gehen würde, dann passt das nicht optimal. Jetzt wäre es ganz wichtig, dass du auch noch dieses Video hier anschaust über die Seiteneigung im Golfschwung. Wenn du hier nichts siehst, dann findest du auch den Link nochmal unten in der Beschreibung oder in den markierten Kommentar. Das ist sehr wichtig zu verstehen, damit du eben die Körperdrehung perfekt verstehst. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich drüben. Tschüss.